Hey! Hobi derde zu einer neuen Folge von SLWs und vom Moskiten-Pokémon-Trainer ihren Blog. Heute berichten wir über ein ganz, ganz heikles Thema und zwar den Alkoholismus. Der Moskiten-Pokémon-Trainer ist heute leider nicht da, denn der ist gerade mitten im Kampf um den 8. Orden. Er hat mir dafür eins seiner Pokémon da gelassen, das Ponyta... Ponyta, du verleihst, da hinten. Ponyta, guten Tag! Ponyta! Ponyta, Ponyta. Ich übernehme das Reden besser. Also, wie gesagt, wir reden heute über Alkoholismus. Da haben wir uns einen weiteren Gast eingeladen, und zwar Richie Rich, ein Penner aus der Goste. Warten Sie bitte. Ja, bitte. Guten Tag, Mr. Richie. Morgen. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Es geht. Es geht, was ist denn los? Sehr gut, und zwar, ich wohne seit einer Woche unter der Brücke und ich habe ein starkes Alkoholproblem. Und das muss gelöst werden. Ihr Alkoholproblem? Ähm, es ist okay. Es ist okay. Wir haben Richie Rich heute ein bisschen Früchte in Alkohol mitgebracht. Nehmen Sie bitte her, damit man den weiß. Dieser Alkohol ist grün, da steht Apfel drauf und er macht sehr schnell Beton. Und das ist so. Wir berichten also davon, wie man betonen wird, was alles passieren kann und wie man dann noch steht. Danke. Das war gut. Und das passiert, Leute, wenn man übermäßigen Alkohol genießt. Ähm, Alkohol hat sehr, sehr, sehr schlimme Folgen. Im Normalfall oder in den seltensten Fällen kriegt er einen Filmriss, ist es gut, ist es okay. Er kriegt einen Filmriss oder, ja, er wird einfach verkatert am nächsten Tag sein. Er hat zwar nichts besseres zu tun, aber trotzdem. Okay, das war's auch von dieser Folge, also Alkohol und seine Probleme. Und trotzdem. Tut mir ein bisschen leid. Und wenn euch auch leid tut, abonniert uns und schreibt doch etwas in die Kommentare, was er von ihm hält und was er an sich ändern sollte. Danke. Wart mich mal heim, Alter.